Wir stehen hier gerade in Daischadam und warten auf die Fähre. Fähren... oh, da kommt gerade ein Helfer. Wir warten auf die Fähre. Fähren sind ein besonderes Lieblingstransportmittel der Afrikaner. Es dauert lange, es geht um nichts und es macht riesen Spaß. Besonders wenn man neben dem Fischmarkt steht. Es ist erbärmlich, stinkt. Wer einen guten Freund hat, die für Unterhaltung sorgen. Ich habe mich auch schon etwas den afrikanischen Verhältnissen angepasst. Meine Brille funktioniert nämlich auch nicht mehr. Aber ansonsten gefällt es uns ganz gut. Es ist zu heiß und es stinkt. Aber es macht Spaß. Jumbo! Ja? 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 Okay. Okay, Asante!